Hallo Leute und Willkommen zu einer Runde 2 Versus 2 auf dem Bad Lion Server heute zusammen mit Logan HD nochmal. Hallo Lukas Hallo David und hallo liebe Leute ja also um die meisten werden wahrscheinlich den Server hier nicht kennen das ist, hier kann man 2 Versus 2 spielen das heißt das spiele ich jetzt mit Lukas quasi im Team gegen zwei andere die im Team spielen also sowas wie das neue auf Timolia das kennen ja viele aber warum wir nicht auf Timolia spielen ist dass ich nicht sogar mit der 1.8 spielen und Lukas nicht mit der 1.8 spielen kann und deswegen spielen wir hier die quasi die Alternative auf dem Bad Lion Server die IP ist EU.BadLion.net ja also wenn es jemand wissen möchte und das war meine Tastatur wenn man das Geld hat und wie sagen fangen wir auch direkt an mit diesem diesem Match hier wird es quasi wie auf Timolia in so eine Varteschlange wird man dann da quasi gestellt und ja wenn halt jemand spielen möchte dann ja dann sind auch vorgegebene Kids übrigens hier was wir gerade gesehen haben das sind vorgegebene Kids und aber wenn es dann jemand annimmt quasi da auch in diese Cue geht dann spielen wir gegen die okay alles klar alles korrekt erklärt so und dann geht es auch schon los hier mit dem Kit UHC du wie gesagt es sind vorgefertigte Kids wie man hier sieht und ja wir spielen jetzt hier oh ich kann jetzt auch Lukas hier nicht schlagen was? hab ich es gerade aus als ich nicht schlagen können okay jetzt konzentrieren wir uns mal hier ein bisschen warte 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 dann direkt runde 2 ich hoffe man immer gleich mal hier ein weil wir haben jetzt hier so leute quasi herausgefordert so wie jetzt den hier kommen die man mit welchem Kit Warte geht er müsste ja okay gut nehmen wir an so geht das direkt weiter dann kann ich dich nicht gut das fand ich bei Timolia zum Beispiel richtig schönes feature das was ich gegen das ich mit der Angel boosten kann quasi okay der eine ist im Wasser oh man wie so verzichten hey wie so verzichten gerade so schlimm die Schüsse oh nein oh das müssen wir aufpassen warte okay wir gehen zurück hast du die gut vorgeschwächt oh Gott nein was ich bin gestorben ich bin gestorben Mist okay wirst du es schaffen ah Mist ne 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 ich etwa brenne glaube ich ja gut naja gut man muss ja auch mal verlieren können wenn wir rausgefordert oder ja ähm naja können wir mit Kit Iron zum Beispiel kommen dem an bitte nein komm schon ja das ist ja in Ordnung es gibt auch wenn ich geht sie sind so blöd in OP wo so richtig ewige Kämpfe sind wie zum Beispiel full dir das sind die gleichen von vorn ja ja mach ich aber schlecht schau mal den anderen ich bin die Angel immer auf den neuen das ist halt auch sehr ungewohnt für viele ja hoppen ok ok oh Gott ich hatte ja ok wir sind gelaufen ja müsste ich also hier kriegen wir aber noch ich bin auch ziemlich voll und so jawohl ok ja weiter geht's mit dem Kit Iron so die haben schon mal gut getroffen oh ich hab den einen getroffen ja auch ups den Fall hat man da 28 hab ich noch mal auf den drauf ja auf den linken geh ich mal wo ist ein Teamkollege äh den der ist bei mir hier oh der ist mein Schweizer nicht schlecht aber ich hab ihn hab ihn na gut ich hab ihn auch naja geht ich weiß ja noch nicht ob ich ich hab jetzt mal einen Gold dafür gegessen ich weiß nicht ob es sinnvoller ist irgendwie einen rauszusuchen oder ob man da einfach drauf springt oder den hab ich getroffen nein ist ja ein Unendlichkeitsbogen zumindest ist eigentlich egal wie viel Fall du schießt oh David ein Herz noch ok warte ist mein Gold dafür nein sein Kollege sein Kollege nein 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 du musst mir helfen ich hab noch bis jetzt noch oh Gott ist der hinter mir nein ne ich hab jetzt ein bisschen abgehauen ich esse beide oh ich muss beide essen nein ich bin tot mit vier Herzen oh er ist auf jeden Fall nicht so schlecht oh er ist auf jeden Fall nicht so schlecht ah der hat mich jetzt aber gekriegt ja ja ich esse erstmal nicht ich esse jetzt mal ein ich esse jetzt mal ein vielleicht kann ich ok ich seit nur acht Pfeile das ist gar nicht viel kriegst du gar Fallschaden ich überlege ne ich esse ihn noch nicht ich lass mir erstmal ein paar Pfeile in die Fresse donnern ups wo ach ich muss ich muss echt mal näher ans Mikrofon ran ich vergesse das jedes Mal nämlich ok ich sollte ich sollte weg und überlaufen ok ich bin irgendwie gerade eine zuwelle Sache ja noch ein Pfeil der muss sitzen ja der sitzt auch oh ja der wird jetzt ganz knapp glaube ich oh nein anherz noch mal an ah ich bin auch ah nee diesmal habe ich mich richtig dumm angestellt also wirklich die sind aber nicht so schlecht muss man so sagen ah schlecht sind sie auch nicht aber ich habe mich auch einfach richtig dumm angestellt gerade ich bin einfach immer gegen die gleichen weil ich die immer herausfordern was ja warum dritte gerade nicht jetzt ok die eine habe ich auch angehittet genau auf mich glaube ich gerade weiter nein ein Herz noch ich bin gestorben von den Ruhig du kannst ich glaube ich beide noch ja ja wir sind ziemlich gekloppt am besten wir versuchen es einfach mal immer einen raus zu suchen dauern wird ich finde wenn man immer an das ist sogar ich finde wenn man irgendwie wie so ein Projekt hat wie zb war auch ja irgendwie keine Ahnung so ein bei Böle zu besitzen haft das das hat sie vorhaben sollten Prozent bis zum Projekt zu starten wie so die Art war hoch auf den auf den auf den jahr ich glaube dies mit diesem diesen dieser Maske da all hätte dürfte doch so gut um mich herum alter hätte es erst recht nicht schlecht ich glaube ich werde es drauf gehen oder nein ich bin seit ich bin gestorben in Arsch es gibt es noch was ist denn los mit den Leuten es ist eine schöne trainingsanfang hier ja so trainieren kann man richtig gut sind auch so viel gesagt ist wie auf 1 bis 1 los auf 1 bis 1 ich meine auf Timolia ja auf Timolia ob ich den Pfeil richtig fliegen sehen gerade ja oh komm schon ich ess mal einen jetzt mit dem Regeffekt drauf ja auf den der geht vor das ist nicht schlaufen gewesen oh ja ja kein Stress jawoll drück oh das war eine gute Runde weil der eine am Anfang hat verkackt hatte und deswegen ja hatte dann ist er dann da ist ein Teamkollege ach ich hab mein Hirn ey da hat er seinen Teamkollege natürlich keine Chancen mehr gehabt gegen uns beide guck ja jetzt jetzt nicht mehr so grad eh mal das extremer dass der eine da drauf ist was er mich nicht trifft oh Gott er hat seinen Gold auf den er hat sein Gold auf den bringst du da hin oh der ist der ist gut der ist gut der ist gut ja gut jetzt habe ich einen warte dann kriegen wir kriegen wir ja alles klar okay wir haben von Check mit dem Kit MSC ok ja machen wir geht ich mag das geht eigentlich eigentlich ganz gerne es gibt ja halt auch so ja von meiner meinung nach scheiß zum Beispiel für dir mit so 1000 heil trinken sind jetzt nicht so prickelnd ich habe mich angezündet ich werde es drauf gehen ja zu Herzen hatte einer noch deswegen der hier ne ja da war viele noch ok den werde ich jetzt niemals mehr bekommen ein Herz war doch nochmal knapp ne habe ich kein Problem mit euch gesagt ich esse jetzt erstmal nicht das Krupp Oh beide getroffen nochmal ich hole mir den oh hat er statt gemacht an der der Sätze zwar also das Feuerzeug setzt der wirklich gute kann man eben nichts unterstellen ja Achtung 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 Leute 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 ich kann nicht ich bin noch nicht da kriegst du auch noch den kriegst du auch noch der läuft der läuft so behindert und ich treffe ihn einfach nicht oh der Ader hat noch ein Gott noch egal ich bin auch mal halt gleich als Performer ja komm kriegen wir kriegen wir ich weiß nicht ich habe keine Pfeile mehr da wär einer gewesen wenn wir nochmal ja was ok ja ja ok so langsam ne naja gut da hab ich eigentlich kein Problem mit dem wir das zu spielen aber oder eine leck bei mir im Boden und zwar ziemlich ja das ist ja das macht aber auch echt gut ok ich muss weg nein was ich bin gestorben hä kein anderes hat mich richtig gut gelegt diesmal mich auch aus tag wie ist der typ hc unter and ja nimmt jetzt jetzt ein schon mal ok o junge das ist aber hier ein bisschen benutzt man oh nein alter chill oder nenn ich darauf gehe nicht darauf ich bin ich da ich bin er ist aber bogen wollte ich eigentlich also wieder die o gotta wie viel schaden macht denn der eine tut mir leid aber der eine hatte so viel schaden gemacht habe ich mir mit einem schlag so viel herzen gezogen oder ich weiß nicht er wird er dann tausende ich habe ihn sogar noch hätte der rückstoß gerade ich will mit nichts unterstellen obwohl ich es jetzt mal kann gibt es auch schöne maps also immer verschiedene maps auch irgendwie finde ich in meinem fall kommt nicht geschossen jetzt aber auch gott junge okay der ist nicht schlecht es wirklich nicht schlecht der ist nicht schlecht der spieler wird schwer ich würde gerne noch mal gegen die kämpfen mit dem kitt ich nehme schon was er annimmt steckt das hier wieder auf den neuen mein kram so als ich will es so schwer wenn man einmal mittendrin wie versuchte erlaufen zu essen ist für mich so schwer denn die haben alles im guten ping oh gott ich muss ich muss hier weg ich möchte noch zwei herzen wo bist du bist du bist du bist du bist du kannst du mir ganz warte ich muss den golöpfe lassen so jetzt ja okay komm ich muss auch mal ich bin echt tot du hast auch mal noch ein paar herzchen der ist tot kriegen wir noch kriegen wir noch ja hab ihn ja es war aber nicht schlecht also das sind schöne kämpfe was die da haben hier mit dem kürz ich tue immer jemanden herausfordern einfach ja immer verschiedene kids wir sagen ist es auch schon die letzte runde okay also die letzte runde spielen wir jetzt also das video zu lang so kommen es möchte jetzt auch noch gewinnen wie auf dieser map sind auch die gleichen spieler könnte sein wo nächstes ist ein anderer oder alles sicher gut mit dem bogen aber jetzt war das in der dreck effekt noch ne oh gott oh die auch oh hä ich will da ja den nächsten alles klar so dann würde ich sagen vielen dank vielen dank für das gilt vielen dank fürs zusehen sie wusste immer anschauen im video was kann ich wahrscheinlich was ich gemeint habe vielen dank fürs zusehen und danke auch an lukas an den logan dass du dabei warst und gerne dann bis zum nächsten video bis dahin tschüss haut rein tschau